Oder, ja, Rifthorn, Ivarstadt, ist das hier oben, Hochrodgar, das will ich markieren, da werden wir bald hingehen, warte mal, hast du denn ein Pferd, Schnucki, ja, ist ja, okay, okay, egal, Moment, ich hab ein Pferd, du nicht, das könnte sich als Problem herausstellen, ähm, aber ich bin froh, dass du da bist, so, das Drachenblut möchte einmal bitte, bitte, ja, genau, ich hab gesagt, wir räumen hier die Butzen leer, also die Häuser werden auf jeden Fall geplündert jetzt, und das, äh, ja, mach ich doch gerne, also das hol ich nochmal gerne nach, hallo, wer bist du, ich bin Drachenblut, euer Gesicht ist neu hier, ich behalte euch im Auge, ja, 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 ey, hier, hallo, geht uns nichts an, wenn die Jarl sich zanken, hat die Ehre keinen Platz, okay, joa, bis zum nächsten Mal, ich find deinen Namen ja cool, um was stehlen wir uns, Bierteller, oh, Teller, werd ich beobachtet, Moment mal, was hab ich denn grad ge, hä, ach so, wir können auf C, ah, ich hab grad die Taste zum gerade, hallo, zum geradeaus laufen gefunden, ohne was zu machen, äh, lesen bitte und irgendwie stehlen, danke, mitnehmen, werd ich entdeckt, also, Moment, wir, da hinten ist jemand, ah, ich bin getarnt, oder, gut, dann nehmen wir uns mal eben alles mit hier, lalalala, Bücher bis zum, geht nicht mehr, ja, ja, komm, Becher, gib mal alles, ah, Leute, das kann jetzt ein bisschen, ah, ich hab gesagt, ich nehm alles mit, was hier drin ist, so, Bier, nein, wie viel Traglast haben wir, das würd mich mal interessieren, 240 noch, okay, sitzt der hier noch, nee, oder, alles hergeben, 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 also, irgendwie, tut mir das schon fast leid, also, es sieht dann ein bisschen, ähm, leer hier gleich aus, so, und wir nehmen trotzdem alles einfach mit, stehlen von Schrank, ah, okay, der ist jetzt leider schon leer, aber das ist gut, großer Sack, okay, das bringt uns nichts, Tomaten, Salz, nee, 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 das will ich ja alles gar nicht, ähm, ich geh gleich nochmal runter zu diesen, ha, her damit, zu diesen anderen Gemächern da, so, was haben wir hier, Stahlkrieg, gib mir den mal, ich glaub, den könnte ich besser gebrauchen als ihr, so, zeigt mal, Waffen, 28 und diese Frost, und diesen Frostschaden, oder, von 28 auf ganze, 32, wechsel ich doch mal wieder, oder, so, was ist denn im Beistelltisch, ein Bügeleisen und Gold, guckt hier jemand, oder, nur du, okay, Schatz, pass mal, üpp, pass mal, üpp, ich nehm die Sachen mit, so, 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 nein, wir tragen zu viel, nein, verdammt, das gibt's jetzt nicht, oder, okay, wir müssen irgendwas fallen lassen, irgendwas, was nicht so, von Wert ist, sag ich mal, und was, wenn's geht, Gewicht hat, der kann ja wohl irgendwie mal weg, fallen lassen, und dann noch ein bisschen hier essen, da haben wir bestimmt was, was viel wiegt, oder, Wildbrett, weg, Tomate, ach komm, das brauch ich eigentlich alles gar nicht, diese Sahne, Schnitten, ich benutze das eh nicht, Kartoffel, ja, super, Brot, Bier, ja, das war ja jetzt doof von mir, ist ja auch egal, Fellstiefel, ah, weg damit, Novizenkapuze, wir müssen doch noch irgendwas mit, hallo, ach, ich hatte die Stiefel des Hebens, ach, so, die hatte ich gar nicht an, also, ich hab die ausgezogen, ich hab eigentlich hier, Stiefel des Hebens an, Das ist interessant, Eisenzweihänder, jetzt haben wir aber zu viel, okay, okay, ich bin langsam, aber das ist egal, das macht nichts, haben wir uns da eben gerade ein Pferd gestuppt, Moment mal, was war da eben gerade drin, da war auf jeden Fall was komisches drin, äh, das hatte einen komischen Namen, aber ist ja auch egal, Bärenpelz, was soll ich denn, das ist 50, Moment, na, her damit, her damit, her damit, her damit, her damit, her damit, was immer viel wiegt, sind Waffen und Bekleidung, ne, hab ich recht? Fallen lassen, ähm, Waffen, da haben wir bestimmt irgendwas, was nicht so einen hohen Wert hat, was weg kann, oder, hab ich recht, 60er Wert, aber 24 Gewicht, komm, hau raus, 55er Wert, 50, so, danke, ich komm gleich wieder, ne, ich nehm mir hier nochmal so, oh, das, Skyrim, bitte treu mich jetzt nicht, das ist echt schlimm, komm weg mit dem Besen, Drachenknochen, oh Gott, sind die viel wert, oh Gott, wir sind gleich richtig reich, ich freu mich schon, weg mit dem Bügeleisen, was soll ich damit, sollen jetzt erstmal raus hier, öffnen, Weißlauf, und wir schauen mal wieder, wo wir, äh, Items verkaufen können, denn ich hab das so ein bisschen schon wieder vergessen, also ich weiß nicht, bei welchem Typie das war, komm, wir beeilen uns hurtig, mit der neun, neuen Waffe, So, und dann suchen wir nochmal diesen komischen Typie, bei dem ich das verkauft hab, der war in irgendeinem Haus, also wir werden jetzt auf jeden Fall reich, Heimska-Haus, ach, das können wir aufstehen, oh, shit, okay, Moment, aufgeschlossen, oder? Ja, Schlossknacken, so, entweder kriegen wir jetzt richtig viel Ärger, oder, ist hier okay, na, hallo, hallo, hey, du schläfst, hallo, hey, Heimska, ey, Heimska, ich bin Drachenblut, Moment, keine, willst du mich töten? Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Doch, ja, Moment, ich geh ja schon, ich geh, ich geh ja schon, mein Gott, aber die Tür steht uns jetzt offen, die muss ich nicht nochmal aufschließen, oder? Okay, also wenn wir einmal, naja, ich wollte sagen, das Tor, aber wenn wir einmal Schloss geknackt haben, dann war's das soweit, Ziegenkäserad, sehr schön, hat... ...mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun, es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebe... Aufschließen, gemischt waren, da will ich rein, das ist schon Adept, aber da muss ich... Oh, hier hat's geknackt, wo lang, wo muss ich... Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen, habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, Moment, passt mal, Irv, ich bin Drachblut, äh, Drachenblut, hier, ich bin der, äh, äh, Tane, hier, lass mich in Ruhe, ich hatte euch nicht erkannt, ha! Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen, aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen, passt nächstes Mal etwas besser auf. Ja, 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 aber... Ihr habt nichts gesehen, okay? Geht einfach nur weg. Hör auf, mich zu beobachten, Mann. Lass mich in Ruhe, ich will hier nur rein, wegen dem gemischt waren. So, pass mal auf, jetzt schließen wir das auf. In welche Richtung muss ich... Im Namen des Jarl, keine Bewegung! Ey, das ist jetzt ein Witz, oder? Äh, Kopfgeld... Eher würde ich sterben. Äh, hier, Kopfgeld. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Das jetzt nicht... Weil ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Was? Du kriegst 5 Gold und gar... Hallo, ich hab gar nichts geklappt. Wenn ich jetzt weniger... W... Nein! Nein, das ist jetzt ein Sch... Moment mal, wo sind meine ganzen Items? Ich hab nur noch 106... Ich hab 106... Ich hatte eben knapp 3... Ey, euch Wachen bringe ich beim nächsten Mal um. Nein, nein. Das, das lasse ich nicht mit mir machen. Wo sind meine ganzen Sachen, verdammt? Was soll das? Ich hatte eben eine Traglast von irgendwie 300 und jetzt 196. Boah. Ohne Witz, ich... Mach hier gleich alles kaputt. Ich stehle euch sogar eure Socken, die ihr jetzt noch anhabt. Ey, das... Ich glaub es nicht, Mann. Was? Ach so. Wo ist meine Waffe? Ach so, wir sind jetzt auf Magie. Hab ich irgendwie geswitcht? Ohne dass ich wollte? Hä? Pass mal auf. Nein, die haben uns jetzt nicht unsere Waffe ge... Okay. Es wird gleich gekämpft. In Zukunft wird gekämpft. Das lasse ich mir gar nicht mehr bieten hier. Hallo, wir sind... Hallo, der Tane oder was? Wir setzen uns erstmal. Hallo, steh wieder auf. Danke. Bitte. Danke. So, jetzt hier so. Ich bin der Tane. Ich darf das. Ich nehm jetzt einfach alles mit, was ich haben will und gut ist. Wird alles verscherbelt. Ich mein, ich brauch das Gold. Braucht ihr das? Nein. Ihr seid doch hier glücklich. So, pass mal auf. Lauch. Nehmen wir alles mit. Dann nochmal diesen Tisch hier. Holzkohle. So, alles. Her damit. Her damit. Benutzen. Bratspieß. Was machen wir denn jetzt? Kochen. Wir können denn lecker Essen zubereiten. Muss ich dafür was machen? Wähle ein Gegenstand. Ja, hier essen. Äh, Kaninchenkeule. Mh, haben wir lecker Keule hergestellt. Lecker, lecker. So. Gib mir den Kessel. Und jetzt hier runter. Verdammt. Ich räum euch alles leer. Ohne Witz. Ich bin gerade so sauer, dass die uns da irgendwie erwischt haben. Und wenn jetzt irgendeiner kommt. Erstmal werde ich sagen, ich bin hier der Tane, ne? Und wenn der dann noch was von mir will, dann boxen wir den kaputt, aber auf jeden. Weil, nein, du setzt dich nicht hinten. Oh, ich hab mich verklickt. Entschuldigung. So, Lydia. Ich guck gleich mal, ob wir was mit dir machen können, was Schönes. Weiß ich ja nicht. Aber erstmal, wie gesagt, räumen wir alles leer. Ja, nehmen. Nehmen. Das ist ja kein Stehlen, ne? Hier, nehmen die Bücher einfach mit. Ich mein, da steht zumindest nicht Stehlen, sondern einfach nur nehmen. So, komm. Was nehmen wir noch alles mit? Kessel. Schrank ist leer. Wie viel tragt das? Das haben wir 270 gerade mal. Drachenfeste Jalgemächer. So. Oder Gemächter. Das ist schon mal interessanter, weil wir hier was am Start haben. Wer bist du denn? Gerda? Macht es euch nicht gut, Schätzchen. Ihr seht etwas krank aus. Mir geht's gut. Gib mir mal das Buch. Danke, Bier. Nimm mal, ich, ich nehm mal alles mit, was du hier liegen hast, ne? Du brauchst das ja anscheinend nicht mehr. Und wenn wir das nicht... Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jardesignen. Super. Ich kann hier leider nicht in fremden Betten schlafen. Habe ich denn irgendwie mal ein eigenes Bett? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Auf jeden Fall nehmen wir alles mit. Wie auch schon tausendmal von mir gesagt. Und wir haben gleich... Lydia? Moment. Hey. Bin immer noch da. Hä? Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Ähm. Begleiterbefehle. So. Was braucht ihr? Ich brauch mal von dir, dass du... Dass du diese Frau da angreifst. Ne, mach das mal nicht. Dass du... Hol mir mal hier. Nimm. Gut, verstanden. Ja. Bringst du mir den... Bringt die uns jetzt den Sack Kartoffeln? Ne, oder? Tötest du den Sack... Hallo? Ey, wie komme ich da wieder... Sonst noch etwas? Nein, nein, nein. Lydia, ey. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Echt? Ja, hier nimm mal das. Ach, das sind jetzt ihre Sack... Habe ich ihr gerade die Äpfel weggen... Warte mal, können wir ihr... Aha. Ja, Lydia, ich würde dir gern... Irgendwie was geben. Hallo, du hast doch jetzt gar nichts mehr. Was soll denn da... Lydia? Jetzt hast du deinen Bogen. Ähm... Moment mal. Bedeutet das jetzt... Lydia? Ja, super. Haben wir ihr jetzt das Schwert weggenommen und können... Äh... Joa, sie nicht mehr ausrüsten. Das wäre... Äh... Nicht tragisch. Aber das wäre ziemlich doof. Ja, oder doch, das wäre tragisch. Da macht sie viel weniger Schaden. Das wäre dumm. So, und jetzt will ich hier irgendwie wieder hoch. Und was an Mann bringen. Hallo. Gib mal her, was... Hier rumsteht. Buch, so. Ja, und ich bin gerade ein bisschen wirklich enttäuscht. Weil das mit diesen Wachen, ne... Oh, die Vitrine. Kriegen wir die auf? In welche Richtung muss ich... Shit. Dietrich kaputt. Okay, wir gucken mal. Knack. Ne, hier, knack. Aha. Dietrich kaputt. Ja, super. Schlossstufe Adept. Wie kriege ich denn... Aha. So, geöffnet, oder? Schlossknacken verbessert. Stehlen. Die goldene Heizkette. Her damit. Truhe durchsuchen. Alles hergeben. Danke. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Drachenfeste. Und ich glaube... Ne, das ist gar nicht diese Hochebene hier, wo ich jetzt bin, oder? Ne. Hier sind wir hier vorne. Aufschließen. Die Vitrine. Lehrling. Die sollten wir ja wohl... ...geknackt bekommen, oder? Wenn wir Adept schon schaffen. Ist Lehrling nicht... ...da unter? Hä? In welche Richtung denn? Ich verstehe gerade gar nicht... Moment mal. Ey. Hallo? Das ist jetzt ein Joke, oder? Links, rechts, links, rechts. Knack, knack, knack. Hä? Dietrich? Moment. Ist das jetzt ein Joke, Leute? Okay. Wir brechen hier die Dietriche ab. Ich verstehe nicht, was los ist. Ich kann den in keine Richtung drehen. Also ich kann das Schloss... Aha. Und der Dietriche ist mir abgegattet. Das ist jetzt ein Witz, oder? Hä? Wir haben noch acht Dietriche. Was mache ich hier? So, das Schloss geht bis... Okay, ich gebe es auf, Leute. Ich verballere hier so viele Dietriche. Das ist doch niemals Lehrling. Oder ist Adept eine Schwierigkeit unter Lehrling? So, wir haben unsere Karte mal aktualisiert. Und... Lesen diese Bücher hier. Beziehungsweise nehmen die nochmal mit. Da ist sogar ein schöner Eisendolch. Aber den brauche ich nicht. Und verdammt sind das viele Bücher. Oh Gott. Wer soll die alles lesen? Ey. Ich will es nicht nochmal prob... Ich gebe es einfach nur auf. Das ist... Das ist mir viel zu hoch. Das ist echt krass. Und ich glaube, wir haben Traglast Maximum. Habe ich recht? Ja. So, dann verkaufen wir mal... Ne Waffe. Beziehungsweise hier fallen gelassen. So. Ich bin gerade echt ein bisschen... Angewidert von dem Spiel. Nicht angewidert, aber das ist echt... Ich meine, hallo, was soll das? Und scheiße, es ist dunkel. Lydia, pass mal up hier. Drachenfeste. Es soll erstens Tag sein. Und zweitens, wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Ihr solltet keine Waffen herumliegen lassen. Es könnte jemand verletzt werden. Und wenn ihr das noch einmal macht, werdet ihr das sein. Oh. Hab ich mich klar genug ausgedrückt? Ja. Entschuldigung. Tatsächlich? Würde es euch gefallen, einen Monat lang in deiner stinkenden Zelle dahin zu siechen? Äh, aber im Grunde wollen wir das doch beide nicht, oder? Nein. Nein. Ich komme nicht genau ausgedrückt. Danke für mich.